herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von remember me via ich habe lange nicht gesorgt glaube ich ein oder zwei wochen wir sind hier ich hoffe wir sind letzte wurde ja so geschenke blieben und wir müssen diese stelle finden da befindet sich diese unsere päckchen woher können wir hier wahrscheinlich leben oder fokus bekommen rüber schwingen gut gehen wir da lang ich glaube da nein ja so richtig jetzt okay da haben wir schon die juhu set ok gefunden gut wir haben unser leben gewohnt ich glaube ich muss hier runter gehen wie kann ich mich erinnern wirst du mich für wirklich für kacke ja ok yo alter was macht überhaupt oder ich will einfach zu schnell machen also so so glaube ich runter und da rein ich habe mich auch noch Jax diese werbung die kenne ich ein gutes zeichen schwester dein kerngedächtnis hat der behandlung widerstanden hier wohnt der spaß Jax weiß alles Jax kann alles Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn zu seinem 25. Geburtstag Jax ist Jax nun wieder da mit tollen Neuheiten die ihm Jax gut check Jax der Panda ein happy place produkt happy place wow Jax 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 ok wir haben kette bekommen also kette heißt zeigt euch das ist die kette verursachten wir bekommen mehr lieben als und wir als sollte wir also glaube doppelt so viel und deswegen ist die ketten sind sehr sehr hilfreich was habe siehreinigte ale ich schade reinigte jones bis zum rohke ich habe was Wooh! Jawoll! Da muss ich mich erstmal erwischen! Alter! Du gehst mir auf die Pist! Du gehst mir auf die Pist! Na komm! Jo! Ja! Ist klar! Ja! Ist klar! Ja! Ist klar! So! Ja! Ah! Can I focus now? Wooh! Wooh! Wasp! Bis so! Da bis so! Ah! Och! Nö! Okay! Ist so aufgegangen! Ist gut! Aber was wir haben jetzt... Wir haben hier neue Schlüssel bekommen! Nur... Was machen wir jetzt da mit dem Schlüssel? Y... Ah! Oder lassen wir erstmal! Hm! Ich lasse ich! Ich lasse den Schlüssel! Ah! Da drüben müsste ich schwingen! Nochmal! Alter! Mach nicht so ein lau! Lamm! Diese Echo wird immer laut! Nein! Schwester! Soll das hier? Genau! Und... Gut! Gut! Da... Äh... Ist... Da oben... Ich glaube das war... Und? No, no! Juhu! Ich bin geniein! Yay! Gut! Müsste ich regenerieren? Ja, okay! Immerhin! Und... Ich warte am Leak in Brain auf dich! Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen! Johnny? Johnny Green Chief! Das Schreckgespenst aus Slum 404! Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille! Zumindest sagt es das! Äh... Hier was ist! Aber scheiße nicht das was ich suche! Wirkliche, Alter! So! Schönen wir! Haben wir! Äh... Ja, gut! Äh... Das war's! Äh... Äh... Was war das denn? Viel Scheiß! Äh... Okay... Das war's! 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 Scheiße! Wo ist das? Wo bist du? Äh... Das gefällt mir überhaupt nicht! Ja! Das war's! Uuuh! Uuuh! Das war's! Ok Hallo? Ja und sichtbarer Ripper sind die schlimmsten von allen, finde ich. Und ich warte bis diese elektronische Sachen... Wir vergessen euch nicht. Juhu. Geschaffs. Ah, nach oben. Ja, super. Und eine Ratte. Ja gut, Nillen. Du gibst dir alles. Besser was du willst. Ja, besser was du willst. Ja, klar. Äh, okay. Okay. Sind wir... Geisterbill, nicht? Oh. Oh. Oh yeah. Geschafft. Äh, okay. Gleich zeigen wir euch was das heißt. Diese Sache ist böse Schauspiel. Das ist geil. Wie diese unsichtbaren Dinge. Nein. X. Duuupe. Duupe. 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 Ey. 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 Willst du mich verarschen? Ey. Ey. Nein. Ey. 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 Kann ich ihm jetzt Jetzt muss ich warten Ja Der ist so Ätzend Nur der Einer Musste noch 30 Sekunden warten Exer bis ich Den muss ich da sehen Ändern glaube ich Das ändern wir kurz Mit den Tasten Nein Ich will einfach tauschen So machen Jo Äh Das mache ich hier Hier mache ich die Heilung Nein Da mache ich den Nee Zeitung Hier sein Und hier machen Die X Genau Machen wir so Wir noch ein bisschen besser Bei X66 Kannte ich schon Komm Komm Und hier machen wir Komm Damage Und Nein Und hier machen wir das Gut So sollte sein Der hat sehr viel Damage Macht Nur Y Brauchen wir Zweimal Danke Komplett durch Kombo Ah lol Komm 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 Ja Endlich Meine Güte Und Und Wozu ist das Okay D D D D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020